johle was geht ab und willkommen zu einer folge minecraft mine clash yo und ich jetzt sagen wir beginnen gleich mal was wir gemacht haben ist und ich jetzt sagen wir gehen da mal zum denkmal ja fangen wir beim denkmal mal an den schokobos haben wir nix gemacht außer das weiße schokobo hat sich rausgepackt voll ist was mir auffällt ich war beim leisten gar nicht bei den schocken ja ja und da sieht man schon das wunderwerk dann dann da eine schöne fette hydra ja und deswegen sind wir jetzt auch fertig mit dem friedhof eier und was mir natürlich auch im leistin passiert der hexe total schaden ich muss das jetzt komplett neu installieren so viel weiter gemacht deswegen kein shader grad wir hätten mit der sache wo wir angefangen haben locker fertig werden können jetzt machen wir zwei in der folge schnell fertig aber die gar kein problem er hat schon so viel vorarbeitet das war ziemlich lange geschichte und hier ist alles leer ja also was müssen wir machen mani also ja ich habe hier jetzt hier blut aufgefüllt so dann wir mussten hier mit blut keepern hier blut sammeln im gewissen mit dem da boots dann gibt es blut und dann haben wir das alles gekraft hat aber das könnt ihr dann alles im live team noch sehen alter 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 ja so ok ja und ja jetzt hier haben wir 300 blut drin so da müssen wir jetzt folgendes machen und zwar brauche ich das da und das da wenn ich ja voll es geht es geht es geht es geht zack haben wir so 1 so ok jetzt brauchen wir die bio maske ja jetzt brauchen wir ein feld wo machen wir das netherworlds also so ist entfällt hin ich würde sagen hatte warte 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 ja machst du ein reinste arbeit sagt dann warte mal das war jetzt wir müssen ihr uns wieder ein loch rein machen also dass wir es an pflanzen können jetzt haben wir nämlich hier so ein sieht jetzt muss ich hier ganz kurz noch schauen diamond clay und man hat natürlich wieder die map vom richtigen marsch gemacht da richtig schön so geht es nicht was ich kann da kein mit dem speer ja dann muss ich da so ein loch rein machen wie geht sowas lass mich mal lass mich mal ja hier mit feieraspekt bist du dir sicher kraft der liebe seins warte mal warte nein das geht anders das geht anders das geht anders und zwar brauchen wir zuerst die mülltonne scheiße da wart das habe ich auf meinem ipad aufgeschrieben wenn man dies scheiße macht notizen den habe ich komplett vergessen aber den machen wir schnell ich brauche verrottetes fleisch ich brauche späneaugen und ich brauche schleimbälle ok verrottetes fleisch holen ich die kann ich für schleimbälle holen ja was für schleimbälle die grün die wirklich grün es müssen leider grüne sein ich weiß nicht ob es mit normalen auch geht aber ich kann es auch die essbaren ja warte kann ich ausprobieren es waren oder die wirklich grün mir mal die essbaren wer sonst muss ich ok habe ich noch vier spinnen augen ja nee sonst muss ich was anstellen äh so 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 jetzt warte noch auf den essbaren schleim und wir warten und wir warten und wir warten und wir warten ja so geht es es geht nicht ok dann müssen wir pistons machen und zwar sticky pistons und die pistons macht man aus holz und das war ein fleisch ähm fleisch wahrscheinlich so wir brauchen sehr viel redstone cobblestone auch noch pull redstone habe ich hast du auch hast du auch eisen nein meine stimme ist alter hol eisen ja bin grad dabei und was man halt alles für sticky pistons braucht so kabel form kabel 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 hier ist noch redstone alter als ob jetzt meine stimme so einfach so kaputt geht oder was hat ja hörst du ähm scheiße warte alter du hast richtig scheiße an meine stimme alter red einfach nochmal ja mach ich ja grad anders geht es nicht ja eisen 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 ein bisschen scheiße warte aluminium hallo eisen ich glaube ich habe kein eisen ja aber auch nicht aber alles heute im stil verbracht scheiße aber da ist noch redstone pfff jetzt kann ich wieder ein bisschen farmen gehen scheiße man ja fahr mit einem pickaxe gell autos melting ja hab ich nicht doch hab ich dabei wo ist meine da spinne holz habe ich gut einmal eisen mehr eisen gibt es nicht vielleicht habe ich ja noch immer ein wie viel eisen brauchst du ah redstone habe ich gut eigentlich ziemlich viel scheiße da ist viel heißen mann milion wie viel eisen braucht man für einen piston ich glaub 1 oder was 1 1 ja aber ähm ich hab 5 eisen gut ja ich hab auch noch 11 ich wie metering jetzt habe ich voll viele komischerweise zwar hier leben im metal ingot sind doch voll selten hier liegt noch ähm eisen und redstone oder leben im metal ingot sind voll selten oder ja keine ahnung auf jeden fall blutfarmen war auf jeden fall recht langweilig deswegen habe ich die ganze mob haben hier umgebaut dass ich das hier machen kann kann ich kurz zeigen zack so 15 pistons kurz seht ihr dass das spritzt ganz sehr viel blut raus und die mobs sind auch ziemlich laut so blut brauchen wir aber im moment nicht dann kann man es einfach mit denen aufsammeln mal hier haben wir noch ein bisschen trennen das kann man hier gleich abfüllen soll ich mal hier blut ah ja warte mal mal nö wir haben das ingot schon ja wo wir brauchen ja das ingot ich hab 5 mal linien ingot ist wo man für die waffe braucht so geh weg hau hau runter alter schaut ziemlich gut aus okay ich glaube da zwölf stück ich mach gleich mal drei stück so kann ich eh nicht werfen wir bitte hin so so leute jetzt haben wir nämlich das da jetzt machen wir hier zack so und das ähm verbreitet sich jetzt automatisch muss man hier kurz warten ey man kann er durchsehen mit schildern ja bei mir geht's ja wieder nicht scheiße ähm was müssen wir dann noch machen ähm theoretisch könnt ihr das mal nylion schon einbraten oder theoretisch ja wir müssen das ja noch mit koppel ähm wischen gell ja 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 nylion ist so drin jetzt ok läuft ähm das müssen wir hier abbauen auf jeden fall mit dem bio mask zeug kann man ganz schön viel machen ja da werden wir vielleicht mal was ähm wie lang dauert das was was wirst du keine ahnung juckt mich jetzt auch gerade nicht das ist kaputt gemacht nein habe ich nicht du hast was kaputt gemacht so da wächst jetzt ähm biomas so ich geh mal spinnen augen farm spielen 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 hallo spider 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 gehört so wie lange machen wir denn heute die folge nicht so was macht eine kuh in der höhle wir haben noch okay raffin pisten was ich ich hau jetzt ein richtig geilen witz raus okay du scheiße nein wie heißt der nachfolger von osama bin laden keine ahnung osama bin nach laden der war witzig ha ha ich finde den geil alter ähm es wäre schön hast du zufälligerweise noch spinnen augen ja mach ich gleich mal mein home wieder ah da sind noch treten jetzt nein spinnenaugen habe einer immer sofort weggeworfen ich auch aber jetzt brauche ich sie ein spinnenauge ja jetzt fehlen noch drei stück noch eins gut komm schau ja und dann verließen sie ihn scheiße mein pc lässt die luft raus ein bisschen scheiße jetzt aber ja gut auch hier vielleicht noch spinnenaugen leider leider nein oder kein plan ok da ist wieder nix da ist auch wieder nix lol die lampen sind aus lampe schlampe so ok ich komme wie viel spinnenaugen hast du jetzt drei scheiße wir brauchen vier und das heißt kann man irgendwie mit knochenmehl das hoch wachsen ich habe selber knochen schade wir können auch einen cut machen und warten so lange bis es da ist und dann können wir weitermachen ich sage das machen wir auch damit es auch sonst wieder so ewigkeit mittel sowie bei den schokobus ich mache das ganze hier in der nächsten folge einfach weiter ich habe langweilig soll ja eh nur eine live stream zusammenfassung werden zutaten wir noch zu den schokobus ja das kann man machen so gut so gut zu brechen weil man das anschluss noch mal hierher schauen naja vielleicht ist ja etwas gewachsen so so gut so gut so gut zu gut die die so jetzt ganz noch mal mit dem weißen stelle es rein okay jetzt hatte du hast gesagt mit goldenen funktioniert es besser also schau alle hauen ab alle hauen ab leck mich alter hält wie hast du meinen taun eingeräumt das ist mein zaun junge habe ich nicht ich habe wirklich nicht mein eventuell und ich nehme doch randvoll oliver die tschokobus rein bevor sie abbauen weiß was so hascht es geschlachtet ja oder wird sie hat doch kein bock jetzt die teil ist scheiß misspicker einzufangen ohne scheiß ich habe weiß juckt mich nicht scheiß fett säcke was er jetzt in dieser folge noch kurz mache ich auch unbedingt goldene seite goldene seite die chance höher ist ja da ist die chance und ich weiß mit mir hier alles ab gold ich brauche gold habe ich gold ja ein gold noch ein gold ich bekomme ziemlich viel rote rot ist auch kein ding scheiß drauf wieder anpflanzen ich habe jetzt zwei golden wieso muss eigentlich immer alles wachsen es kotzt voll an da bin ich jetzt rüber getrampelt scheißegal da bin ich rüber getrampelt scheißegal ich frage mich wirklich warum jetzt auf einmal meine stimme so auf knopfdruck am arsch geht ohne scheiß weil du scheiße bist wie wenn jemand so den saft ausgedreht hätte weißt so ein scheiß bei mir ist das auch noch nicht weg ja bei mir aber saufen mehr ja also ich solle vielleicht sechs liter am tag saufen es wäre vielleicht wirklich mal eine gute aber jeder sagen das war mit dieser folge von mein klatsch war auch schon also wer hat was die wer hat das das war doch den kenten 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 okay ciao Ciao!